Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel Lebensmomente des Erfolgs, der Podcast mit einfachen Tipps und Tricks für deine Motivation, egal ob im Business oder in deinem Privatleben. Auf geht's, wir starten in der nächste Podcast-Folge. Heute soll es mal um das Thema Schule, Karriere, Entwicklung, Wissen, Bildung. Wir werden mal einen Rundumschlag machen und wir werden das mal von einer ganz anderen Seite beleuchten. Wir werden uns nicht angucken, wie ist das Normale, sondern wir werden uns mal angucken, was könnte das Normale sein und was für Schlüsse könnt ihr daraus ziehen, dass es euch was bringt, anders zu denken. Und warum überhaupt anders denken? Müssen wir überhaupt anders denken? Das sind genau diese Fragen, über die wir heute sprechen möchten. Und ich habe mal eine kleine steile These vorbereitet. Und ich sage jetzt einfach mal, Menschen denken, dass die Schule und das Wissen, was dort vermittelt wird, das Wichtigste für ihr Leben ist. Ist das denn wirklich so? Ich weiß, es ist jetzt eine kritische Frage und die ist vielleicht auch etwas steil gestellt, aber die ist bewusst so gestellt. Aber jetzt möchte ich mal von dir wissen, wenn ich in Geschichte einer Eins hatte, hilft mir das tatsächlich, wenn ich dann irgendwann mal Kaufmann werde? Ja, weil Allgemeinbildung und die Geschichte, wie die verlaufen ist, natürlich dafür interessant ist. Aber hilft mir zum Beispiel der Geologieunterricht, wenn ich dann irgendwann im Büro sitze? Ja, weil es wieder Allgemeinwissen ist. Aber was viel wichtiger ist, dass man in einem Bereich, der einen selber interessiert, Experte wird. Wir werden in der Schule irgendwie alle ausgebildet zu Leuten, die für das Staatssystem funktionieren. Also wir könnten alle super Beamte werden, weil wir haben ein gewisses Wissen. Wir wissen, wie man funktioniert. Das wird uns da auch so ein bisschen eingetrichtert. Ja, mach deine Hausaufgaben, kümmere dich darum, auch wenn du das jetzt nicht lernen willst, du wirst es für dein Leben brauchen. So diese typischen Aussagen, die da immer getroffen werden. Aber wie wird man denn wirklich erfolgreich? Das wird dann passieren, wenn man frei von diesen Zwängen ist und sich wirklich auf das konzentrieren kann, auf das man Lust hat und sich damit auseinandersetzt und das sich wirklich verinnerlicht, sodass man dann sagen kann, ich bin jetzt Experte in einem bestimmten Bereich. Das kann sein bei Leuten, die sehr, sehr jung mit einem Instrument anfangen zu spielen. Werden die tatsächlich Chemie brauchen später in ihrem Leben? Nein. Aber sie sind trotzdem Experten in dem, was sie tun und sie können damit sehr, sehr viel Geld verdienen und eine sehr, sehr tolle Karriere aufs Parkett legen, wollte ich gerade sagen. Und genau das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Fußballer werden will. Meine schulische Ausbildung ist wichtig, weil irgendwann kann ich vielleicht nicht mehr Fußball spielen. Aber wenn ich Experte bin in dem, was ich am liebsten tue, dann habe ich erstens Freude dran, werde auch viel, viel mehr Energie da reinsetzen und werde alleine dadurch schon dafür sorgen, dass ich noch erfolgreicher bin, weil ich einfach dann mich dafür interessiere und besser werden möchte. Und jetzt habe ich so ein bisschen so mal einen Ausflug gemacht in sehr, sehr theoretisches Wissen. Aber jetzt überleg doch mal, wie sieht das denn für dich selber aus? Dinge, für die du dich interessierst, da brennst du. Das ist das Normalste der Welt. Ob es jetzt ist, dass du dir ein Hobby suchst oder ähnliches, da hat man plötzlich großes Interesse dran und man will in seinem Hobby mehr wissen. Man möchte mit anderen auch reden können. Man möchte Teil dieser Community werden oder ähnliches und dazu ist halt ein gewisses Wissen dann vonnöten. Und es ist keine Arbeit, sondern die Leute setzen sich in ihrer Freizeit hin und setzen sich mit ihren Hobbys auseinander und eignen sich da Wissen an. Und deshalb, solange du in deinem Gebiet der Beste bist, wirst du automatisch daraus auch immer was für dein Leben machen können. Aber oftmals, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, sind die Leute, die in der Schule gar nicht so erfolgreich waren, weil sie vielleicht gar nicht das Interesse hatten an dem, was da passiert, weil sie sich aber auf andere Dinge konzentriert haben. Ich wiederhole nochmal, Schule und die Bildung, die da rübergebracht wird, ist wichtig, gar keine Frage. Aber wenn man wirklich weiterkommen möchte, dann muss man sich fokussieren auf ein Thema. Dinge lernen, dazulernen und mit diesem Wissen, mit diesem Erlernten wachsen. Und in der Schule wird uns immer beigebracht, wir sollen nicht aus der Reihe tanzen. Alle müssen gleich sein. Man muss nicht immer irgendwo sich hervorheben oder sonst irgendwas. Ich sehe das anders. Warum nehme ich hier in meiner Freizeit einen Podcast auf? Weil ich Freude daran habe. Weil ich einfach mehr machen möchte, als vielleicht andere gerade tun. Und alleine damit tanze ich schon aus der Reihe. Weil ich halt nicht das Normale tue. Und das habe ich mein ganzes Leben lang schon so gemacht. Ich habe immer geguckt, wenn ich jetzt dasselbe tue, was alle tun, dann bekomme ich auch nur das, was alle bekommen. Also mache ich etwas anders. Das muss nicht immer direkt beim ersten Anlauf erfolgreich sein. Das verlangt noch niemand. Aber in dem Moment, wo ich es versuche, bin ich den Leuten, die es nicht versuchen, drei Schritte voraus. Und wie oft in deinem Leben hast du dir schon gedacht, nee, das kann ich jetzt so nicht machen. Wenn ich das jetzt tue, dann falle ich ja auf. Ja, aber das ist doch gut. Warum denn nicht? Einfach mal ohne Handbremse arbeiten. Ohne Angst zu haben, zu scheitern. Die Angst zu scheitern ist eigentlich das Suchen nach Gründen, warum es nicht funktioniert. Und das ist bei uns tief im Inneren drin. Das hat was damit zu tun, dass wir vielleicht früher irgendwann mal destruktive Kritik als Kind erfahren haben. Und wir malen uns jetzt immer aus, was könnte passieren, wenn. Aber ist das der Maßstab, an dem wir uns messen wollen? Wollen wir darüber nachdenken, was passiert, wenn wir jetzt etwas nicht schaffen? Oder ist es vielleicht viel interessanter, darüber nachzudenken, was passiert, wenn ich es schaffe? Und dann darüber nachzudenken, wie kann ich es denn schaffen? Und wenn du denkst, dass es passiert, dann wirst du daran arbeiten, dass es auch erfolgreich wird. Und das hat viel mit deinem Kopf zu tun. Das ist Psychologie. Warum haben Sportler Mentaltrainer? Und die sind sehr, sehr wichtig mittlerweile im Sport geworden. Natürlich geht es um die Leistung, die sie selbst erbringen müssen. Aber die eigentliche Leistung, die wird vom Kopf nochmal verstärkt. Ja, das heißt, in dem Augenblick, wo sie sich vorstellen, noch besser sein zu können, noch weiter springen zu können, noch schneller laufen zu können, was auch immer für eine Sportart es gerade ist, dann werden sie, wenn der Kopf frei ist, noch viel mehr Leistung bringen können. Und dieses, ach lass das oder mach das nicht, das ist doch zu gefährlich. Das ist was, was uns alle bremst. Das ist die Handbremse unseres Lebens. Und ich möchte dir mal ein Beispiel nennen aus Amerika. Da wachsen riesengroße Firmen. Und viele, viele Menschen sind da selbstständig und versuchen, eigene Firmen aufzubauen. Und hier in Deutschland ist das alles so ein bisschen vorsichtig. Und wenn jemand den Schritt wagt in die Selbstständigkeit, dann wird das immer ganz kritisch erstmal beäugt. Was tut der da gerade? Ist der denn irre? Der hatte doch so einen tollen Job. Ja, aber er möchte vielleicht mehr. Und er geht ein gewisses Risiko ein, um mehr zu haben. Und das heißt nicht automatisch, dass das von Erfolg gekrönt ist. Aber was passiert denn in Deutschland, wenn man eine Firma aufbaut und die nicht erfolgreich ist? Dann wird man geächtet. Der hat es nicht geschafft. Es wird über ihn gesprochen. Es wird über ihn hergezogen. Haben wir ja gleich gesagt. Ja, davor kann man Angst haben. Aber warum? Das sind Menschen, die selber nicht probiert haben, die selber nicht weiterkommen werden, weil sie nicht in das Risiko gehen. Und dieses Risiko muss gar nicht mal groß sein. Das bilden wir uns vielleicht ein im ersten Augenblick. Aber jetzt gucken wir doch nochmal, ich habe es gerade schon angesprochen nach Amerika. Was passiert denn da, wenn dein Unternehmen möglicherweise nicht so erfolgreich gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast? Da gibt es Möglichkeiten. Ich mache mal ein Beispiel. Du hast ein Bauunternehmen und du kannst plötzlich nicht mehr deine Lieferanten bezahlen. Hier in Deutschland bekommst du keine Ware mehr, kriegst gleich Mahnungen, man hetzt dir die Anwälte auf dem Halt, alles was dazu gehört. Das heißt, in der Moment, wo du keine Waren mehr bekommst, keine Baustoffe oder ähnliches, wird dir der Weg abgeschnitten, neues Geld zu verdienen, um die alten Verbindlichkeiten begleichen zu können. In Amerika ist das anders. Da setzt man sich an einen Tisch und sagt, okay, pass mal auf, wir machen jetzt folgendes. Ich liefer dir das. Du zahlst mir aber zumindest jetzt schon mal meinen Einkaufspreis. Und du achtest darauf, dass du jetzt erfolgreich wirst. Du wirst es direkt verbauen. Die kriegen teilweise dann so eine Art Mentoren an der Hand, die darauf achten, dass richtig kalkuliert wird und alles, was dazu gehört. Und wenn er dann einen Bau fertig gemacht hat und sein Geld bekommt für die Rechnung, die er geschrieben hat, dann bezahlt er die Gewinne, also diese Gewinnmarge an die anderen noch aus. Das heißt, er zahlt erstmal nur den Einkaufspreis, um wieder auf die Beine zu kommen. Und dann hat er was gelernt aus dieser Zeit, weil in diese Phase will er nicht wieder reinrutschen. Das heißt, es wird so schnell nicht wieder passieren. Und alleine das sorgt dafür, dass sich mehr Menschen trauen, das zu tun, weil sie halt wissen, dass sie jetzt nicht gesellschaftlich geächtet werden, nur weil mal etwas nicht funktioniert hat, weil sie vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen haben oder vielleicht irgendetwas nicht richtig abgearbeitet haben und damit, tja, in Deutschland einfach hinten runterfallen und gescheitert sind. Sie kriegen dann so einen Stempel aufgedrückt, der ist gescheitert. Das ist sehr, sehr schade und das ist sehr, sehr traurig. Und ich kann jedem nur sagen, versucht es doch einfach mal. Seid doch diejenigen, die den Sprung wagen. Wir sind nicht alles Beamte, die nur irgendwie konditioniert wurden, darauf zu funktionieren. Sondern wir haben Ideen im Kopf und die müssen wir ausleben, diese Ideen. Und das muss ja nicht gleich sein, dass du jetzt sagst, ich schmeiße jetzt morgen meinen Job weg. Aber wenn du eine Idee hast, dann denk mal darüber nach, ob du die vielleicht nebenbei umsetzen kannst. Und das gilt auch nicht nur für die Karriere oder für das Berufliche, das gilt auch fürs private Leben. Wenn du der Meinung bist, du möchtest unbedingt einen Pilgerweg wandern, ja, dann bereite dich darauf vor und mach es. Wenn du immer nur darüber nachdenkst, wie schön das wäre, dann wird es nie passieren. Du musst das Handeln anfangen. Du musst anfangen, dir darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das umsetzen, was ich mir vorstelle. Und da sind deiner Fantasien keine Grenzen gesetzt. Wir haben es mit dem letzten Podcast schon besprochen. Schreib dir deine Ideen auf und überleg dir, wie du das für dich umsetzen kannst. Wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast, dann mach es. Klick nochmal einmal zurück und hör dir die Folge an und dann weißt du, wie du deine Ideen für dich selber so aufbauen kannst, dass du sie umsetzen kannst. Und es ist auch wirklich toll und es macht auch Spaß, sein eigenes Unternehmen zu haben. Ich bin ja manchmal, oder was heißt manchmal, ich bin regelmäßig ziemlich geschockt, wenn ich mir angucke, dass in den Filmen die Unternehmer immer als Bösewichte dargestellt werden. Das ist nicht so. Stell dir mal vor, wir hätten keine Firmen und keine Unternehmer. Wo kommt denn dann das Geld her? Der Staat, der hat kein Geld. Das Geld, was der Staat ausgibt, stammt von den Bürgern des Staates und von den Unternehmen des Staates. Das heißt, nur wenn wir Unternehmen haben, können wir Arbeitsplätze schaffen. Wo ist denn das jetzt was Böses? Warum ist ein Unternehmer ein Böser, wenn er Arbeitsplätze schafft? Und er ist in das Risiko gegangen und er hat das alles aufgebaut. Wenn er jetzt mehr verdient als alle anderen, dann ist das doch vollkommen in Ordnung, weil er es sich doch verdient hat. Weil er derjenige war, der den Sprung gewagt hat. Und das muss doch auch belohnt werden dürfen. Und dafür muss sich niemand schämen, wenn man jetzt ein größeres Auto fährt oder ähnliches. Ja, wenn man sich erarbeitet hat, warum denn nicht? Solange man keine anderen Leute dadurch schadet, selber mehr Geld zu verdienen, ist es doch vollkommen in Ordnung, auch mehr als das durchschnittliche Einkommen zu haben. Und ich verspreche dir, dass in keinem Lebenslauf irgendwo drin stand, was aus dir mal wird. Millionär, Klempner, Bürohengst. Ich habe noch keine Geburtsurkunde gesehen, wo das irgendwo drin stand, sondern den Lebenslauf, den schreibst du selber. Und zwar mit dem, was du bereits getan hast. Und kannst gerne nachgucken gehen, in deiner Geburt stehen. Steht nur drin, wer du bist, aber nicht, was aus dir wird. Und wenn du mehr vom Leben haben willst, dann tu es doch einfach. Und wenn du Wissen dafür brauchst, dann such dir Stellen, wo du dieses Wissen herkriegst. Du, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das verlangt auch gar keiner. Sondern sich weiterzuentwickeln, sich für etwas zu interessieren und daraus etwas zu schaffen. Das ist doch die große Kunst daran. Und das ist eine Kunst, die wir alle können. Weil dafür müssen wir einfach nur konzentriert uns auf ein Ziel fokussieren. Und das alles, das sind Dinge, die machen dann auch noch Spaß. Und als Beispiel, ich selber komme ja ursprünglich aus der Versicherungsbranche, bin aber sehr, sehr stark im Marketing aktuell unterwegs. Ja, Vertrieb und Marketing liegen direkt beieinander, direkt nebeneinander. Aber es ist nicht das Gleiche. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ist Marketing? Und da kann ich dir einen Tipp geben. Schau dir mal Udemy an. Geschrieben U-D-E-M-Y. Gibt es als App. Da kann man sich verschiedenste Webinare runterladen. Da ist wirklich komprimiertes Wissen drin. Da kannst du auch lernen, wie man zum Beispiel selber so einen Podcast aufnimmt. Vom technischen Teil bis zum Strukturbereich oder ähnliches. Da ist alles drin. Und da kann man auch lernen, wie man eine Homepage baut, wie man programmiert, wie man besser verkaufen kann, wie man mental fitter wird. Da kannst du rausfinden, wie du mit Excel oder wie du eine Online-Beratung über die Bühne bringst. Da kannst du rausfinden, wie man mit Bitcoins handelt. Du siehst, es ist ein riesengroßes Feld. Und Wissen steht überall zur Verfügung. Und das ist auch günstig möglich, an Wissen ranzukommen. Und wenn du das für dich tust, dann ist das was, was man dir nie wieder wegnehmen kann. Und das kann dafür sorgen, oder das wird automatisch dafür sorgen, dass du mehr erreichst als die, die alles tun. Weil du etwas anderes tust. Und das wird belohnt. Wenn wir alle mehr Verständnis, alle mehr Mut aufbringen, dann wird unser Leben besser und unsere Wirtschaft wird es uns danken. Und du kannst auch mehr erreichen. Du musst es nur wagen. Also sei du der, der jetzt den Sprung macht. Wenn irgendwas in deinem Kopf ist, worüber du nachdenkst, dann denk nicht darüber nach, ob es funktionieren könnte, sondern setz dich hin und denk darüber nach, wie es funktionieren könnte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Das war diese Folge Lebensmomente des Erfolgs. Ich freue mich, nächste Woche wieder von dir zu hören, wenn es wieder heißt, Motivation für den Alltag. Mein Name ist Tobias Berger. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, denn dann wirst du immer informiert, wenn ich wieder eine neue Folge hochlade. Bis dahin. Ciao.